Das ist offiziell das letzte Mal, dass ich mich hinsetze, um die Pokémon Schwarz-Naslock aufzunehmen. Heute mache ich die Top 4 und das Finale, je nachdem wie weit ich komme. Für euch mache ich das in drei Parts, dann habe ich genau jeden Tag im Januar einen Naslock-Part hochgeladen und das finde ich ziemlich cool. Aber für mich ist es heute das letzte Mal und ich bin ganz emotional und nervös. Ich zeige euch als erstes einmal mein Team, ich habe natürlich ein bisschen gegrindet. Wir haben Dogchamp, der OG, das ist das älteste Team-Pokémon, das noch durchgehalten hat. Dogchamp ist jetzt Level 50, hat weiterhin Stärke, Knirscher, Schaufler und Kraftschub. Ich habe nicht in der Zwischenzeit irgendwelche TM's geholt oder so. Ich habe immer nur das genommen, was ich gefunden habe, das heißt keine Rückkehr leider, aber Stärke ist natürlich auch gut. Schautos-Werte sind solide, sehr schön ausgeglichen, so wie man das von der Naslock braucht. Ich hoffe auf Dogchamp, vor allem gegen Geist und gegen Psycho-Pokémon. Dann haben wir Daisy, Daisy ist Level 51, weil ich bemerkt habe, dass ich noch einen Sonder-Babon über hatte, als ich Level 50 war. Verteidigungswerte sind okay, Initiative ist dafür gut, physischer Angriff ist gut, was mich überrascht. Ich dachte irgendwie immer, das Viech wäre speziell. Und wird 147 KP, was natürlich toll ist. Fliegen, Sturzflugger, Eroas und Surfer, das ist, denke ich, ganz gut. Gute Step-Moves. Damit hoffe ich hauptsächlich, darauf Kampf-Pokémon besiegen zu können. Dann haben wir Usain Bolt, ich glaube, das ist das zweitälteste Pokémon aus dem Team, auch Level 50 natürlich. Stromstoß endlich, hat es gelernt. Nitroladung, Donnerwelle und Voltwechsel. Vor allem die Donnerwelle, glaube ich, wird mir gut helfen können. Natürlich super schnell, das ist auch gut. Spezialverteidigung ist grottig für Level 50 Pokémon, also nicht gegen spezielle Pokémon benutzen. Aber die Schnelligkeit und der Elektro-Stab werden hoffentlich eine gute Hilfe sein. Dann haben wir Chihiro. Chihiro hat mit Abstand den höchsten Angriffswert aus meinem Team und auch sehr gute KP. Verteidigungswerte sind auch eher so, ne, aber Initiative ist in Ordnung immerhin. Angriff ist sehr hoch, mit Holzkohle und Flammenblitz macht es ordentlich Damage. Kraftkoloss ist auch super gut gegen Unlicht-Pokémon zum Beispiel. Schaufler ist auch noch gut. Hoffen wir mal, dass Chihiro was Gutes reißen können wird. Dann haben wir Giovannis, natürlich auch Level 50. Relativ gut ausgeglichene Statuswerte. Die physische Verteidigung ist, geht so, aber könnte schlimmer sein. Spezielle Verteidigung ist gut, Spezialangriff und Initiative sind auch vernünftig. Ice-Stab ist außerdem sehr wertvoll. Und zum Schluss ein neues Teammitglied für das Team vor der Liga. Giant O hat es noch ins Team geschafft. Weil ich was gegen Stein-Pokémon haben wollte. Ich wollte das nicht dem Zufall überlassen, ob da jetzt jemand ein Stein-Pokémon oder Stein-Attacken hat oder nicht. Und dieses Pokémon ist super ausgeglichen, wie man sehen kann. Irre hohe KP, gute Verteidigungswerte, Initiative und Angriffswerte sind, oh, 2, 3, 4, wie ich gerade sehe. Also auch relativ gut. Giftgriff ist lustig. Das Ding hat Ableithieb gelernt. Das finde ich ziemlich cool. Ja, das ist das Team. Damit geht es in die Liga. Ich habe Hypertränke und all das Zeugs gekauft. Hyperheiler, was man alles so braucht. Und dann höre ich jetzt auch schon auf zu quatschen und es geht direkt los. Also ich quatsche natürlich weiter währenddessen, aber es geht los. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich hoffe einfach mal, dass Level 50 angemessen ist. Ich wollte weder zu hoch noch zu tief, wie immer. Ich weiß nicht genau, welche Level die haben, aber ich meine, die gehen auf jeden Fall bis in die 50er. Aber genau weiß ich es nicht. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Wollte ich ja auch nicht. Wollte ich während der ganzen Nasslock nicht so machen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die hier sind. Kann man das sehen an irgendwelchen Bannern oder so? Wahrscheinlich auch nicht. Ne, kann man nicht sehen. Ich meine, der Kampftrainer ist ganz rechts. Von dem habe ich am meisten Angst. Deshalb fange ich links an. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Vielleicht ist der jetzt auch hier. Okay, das ist der. Ich dachte mir jetzt im Moment so. Okay. Das wird Geist sein. Naja, das sieht geistig aus. Weee. Okay, muss ich die Treppen nicht selbst steigen? Auch schön. Baboom. So. Die hat Geist-Pokémon. Das heißt, da ist meine Hoffnung Dogchamp. Dogchamp ist auch schon vorne. Dogchamp hat Schattenglas. Damit Knirscher stärker wird. Geist selber hat natürlich keine Wirkung auf Dogchamp. Und ich hoffe mal, das wird was. Soll ich das lesen? Eigentlich soll ich das schon lesen. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Wie fandet ihr das? Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst. Denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Oh, diese Stille. Diese Stille. Oh, das ist eine andere Kampf-Intro-Animation. Vier Pokémon. Das wusste ich noch, dass die alle vier Pokémon haben. Gucken wir mal, welches Level die so hat. 48. Okay. Ich schätze mal, die sind nicht alle 48. Aber das ist doch vernünftig. Das Ding ist super bulky. Ansonsten hat es Irrlicht, wahrscheinlich. Oh, geil. Solide Damage. Damit bin ich glücklich. Psychokinese. Das ist nicht Stab. Das heißt, es wird nicht so viel Schaden machen. Ja, easy. Easy, easy, easy. Okay, sehr schön. Das ist schon mal ein bulkyes Pokémon weg. Nice. Golgantus. Too soon. Too soon. Da kann ich, denke ich, ganz gut in Giant O gehen. Ja, bei Desi hätte ich Angst, dass er Steinattacken hat. Giant O ist bulky. Und Dockchamp werde ich wahrscheinlich eher noch brauchen bei der. Deshalb. Sofern ich was mit anderen Monsten machen kann, mache ich das, glaube ich. Das hätte ich haben können. Ich bin traurig. Okay, ich bin schneller. Sehr gut. Das Ding ist wahrscheinlich auch super langsam. Also, wir hoffen natürlich auf Burnes immer. Ja, Erdbeben habe ich leider nicht. Das ist sehr solider Damage. Und das ist der Kill. Und das ist der Kill. Sehr schön. Kann ich auch mitleben. Apoqualyp. Okay. Da habe ich dann ja Usain Volt. Hoffentlich zum... Wobei, ich Volt switche. Ich Volt switche, glaube ich. Die spezielle Verteidigung von Usain Volt ist ja leider sehr schlimm. Deshalb könnte ich gut in Dockchamp Volt switchen eigentlich. Weil wenn ich Stromstoß mache, nee, das riskiere ich nicht. Ich Volt wechsle. Tastfluch. Ja, ist okay. Und jetzt hoffe ich, dass eine Geistattacke kommt. Das wäre optimal. Aber ansonsten... Denke ich, sollte Dockchamp auch ganz gut tanken. Surfer. Eventuell heile ich gegen. Aber das würde mich nicht killen. Das würde mich sehr überwachen. Ja, okay. Oh, das macht ja fast nichts. Ey, wie geil. Dockchamp. Das ist schön. Okay. Ich heile trotzdem gegen. Zur Sicherheit. Aber ich bin... Ich bin safe schneller. Das hat aber noch nicht unter der Hälfte. Das heißt... Ja, das ist in Ordnung. Und von der Range knirsche. Oder... Yes. Geil. Okay. Läuft. Puh. Skeelabra. Okay. Da setze ich, denke ich, Daisy ein. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Ding Energieball hat. Das wäre nicht gut für Giant O. Und ich resiste Feuer. Ich bin schneller. Das ist Level 50. Okay. Die haben ein Fünfziger. Oh boy. Ich bin schneller. Das ist schon mal gut. Ich denke nicht, dass mich das One-Shotten kann. Ich hoffe zumindest nicht. Spuk bei. Kein One-Shot, bitte. Würde mich aber wundern. Das ist kein One-Shot. Okay. Ich bin schneller. Okay. Okay. Das hat gut funktioniert. Puh. Puh. Nice. Ersten Trainer überstanden. Daisy darf auch nicht drauf gehen. Sonst habe ich gegen den Kampftrainer schon verloren. Puh. Okay. Das war gut. Aber vor der Geistfrau hatte ich, glaube ich, auch am wenigsten Angst. Ich glaube, vor dem Unlichttypen habe ich auch nicht so viel Angst. Hier solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann das doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei. Ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Noch, ja. Puh. Okay. Dann einmal zurück teleportieren. Heilen. Und dann... Ich glaube, ich gehe einfach von links durch. Wahrscheinlich kommt... Ja, als nächstes kommt dann Psycho oder Unlicht, glaube ich. Und ich meine, ganz rechts ist wirklich Kampf. So. Das ist mal eine Hypertränke. Hyper, 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 hypertränke. Da. Das ist eine Fehler. Ich habe 30 insgesamt gekauft. Ich hoffe, das reicht. Ich habe noch Toptränke, Topgenesung, sowas. So. Bei Doctrine reicht sogar ein super Trank. Oh, okay. Ich bin so irrenervös. So irrenervös. Okay. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Aber 50 ist fair, finde ich. Dann habe ich mich auf das stärkste von jedem Top 4 Mitglied gelavellt, glaube ich. Und ich würde sagen, das ist ein fairer Level. Das ist der Unlicht-Typ. Das passt mir ganz gut. Ich glaube, vor dem habe ich auch verhältnismäßig wenig Angst. Mit wem liede ich? Lass mich mal kurz überlegen, was ich glaube, dass der hat. Ich weiß, dass er Cesurio hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Cleopada hat. Er könnte Irokex haben. Er könnte Rabigator haben. Er könnte Griffeldes haben. Ich glaube, ich liede mit Chihiro. Chihiro hat auf jeden Fall Kraftkoloss. Und Giant O ist auch super gut hier. Aber ich glaube, ich liede einmal mit Chihiro. Mann, bin ich nervös. Okay. Weiter geht's. Ach, du grüne Neune. Habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jedenfalls Astor von den Top 4. Und somit ein Gegner im nächsten Kampf. Kurz T-Sippen zur Beruhigung. Oh, diesen roten Hintergrund mag ich. Irokex. Das finde ich ein bisschen schwierig. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass der mich one-shotten kann. Der hat nicht Bedroher gemacht. Ich mach mal einen Feuerschlag. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er mit Irokex leadet. Knirscher. Okay, okay. Ich hatte ein bisschen Angst vor Turmkick oder sowas. Aber er setzt eher Unlichtattacken ein. Gut, dann ist er jetzt schon mal down. Das ist gut. Rabigator tatsächlich. Okay. Da kann ich ganz gut. Setze ich da Daisy ein? Oder setze ich da Giant O ein? Eigentlich will ich eher Daisy einsetzen. Shine Moves sind ja nicht Step von Rabigator. Und Giant O wollte ich mir eigentlich noch aufheben. Bedroher. Okay. Surfer. Hier hätte ich jetzt auch am liebsten eigentlich Siedewasser. Weil das wird das Ding auf jeden Fall überleben. Nevermind. Das war nicht mal ein Volltreffer. Wow, okay. Damit hab ich nicht gerechnet. Cleopada, okay. Da setze ich, glaube ich... Ich glaube, da setze ich einfach DocChamp ein. Weil gegen Cesurion nehme ich auf jeden Fall Giant O. DocChamp ist spiky. DocChamp hat, glaube ich, keine böse Überraschung von Cleopada zu erwarten. Und Two-Shot ist es mindestens. Ja, Mogul Heaps. Okay, ist nicht Step, oder was? Das hat hohe Volltrefferquote, muss man bedenken. Aber man sieht, DocChamp tankt gut. Auch Volltreffer kann mir nichts. Okay, sehr gut. Und jetzt kommt Cesurion, das weiß ich, dass er Cesurion hat. Und da möchte ich auf jeden Fall wechseln, natürlich, zu Giant O. Weil der ist vierfach schwach gegen Kampf, wie man weiß. Und mit Ableithieb kriege ich meine KP wieder, wenn der mich outspeedet. Was der wahrscheinlich tun wird. Obwohl, so sicher bin ich mir gar nicht. Aber ich würde schon eher denken... Hat der nur weibliche Pokémon? Das wäre interessant. Ich frage mich, warum. Der ist nicht schneller als ich. Okay. Nachtheb, mhm, okay. Okay. Giant O. Spulky, das ist schön. Top Genesung. Dann kann ich mit Ableithieb auch direkt meine KP wiederholen. Muss ich nicht extra heilen. Sehr schön. Und fast alle. Mal, mal Siedelwasser. Okay. Da zögert er jetzt nur hinaus, dass er verliert. Ja, das ist in Ordnung. Das kann er gerne tun. Kriege ich noch alle KP wieder? Das sieht so aus. Okay, cool. Der war eher sogar noch leichter als die Geist-Trainerin. Okay, bisher läuft's gut. Aber wie gesagt, der Kampftrainer wird mein größtes Problem. Da bin ich zu 100% sicher. Der wird auf jeden Fall mein größtes Problem. Ob man nur sein Bestes gegeben hat, ob das Schicksal ist mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat, eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegerkranzes ihre erhabene Pracht. Und von deinem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Sehr gut. Okay, das waren zwei von vier. Dann heilig und dann geht's weiter mit den nächsten. Dann heilig und dann geht's dran. Vielen Dank.